Dieser Eismann bekommt 150 Liter Trinkgeld. Und dieser Pizzalieferant bekommt 3000 Liter Trinkgeld. Heute verschenke ich 10.000 Liter in der Türkei. Wir fangen an mit 100 Liter. Das Wasser hat 2 Euro gekostet. Ich werde Ihnen jetzt 50 Dollar Trinkgeld geben. Das ist zu kosten. Er ist verwirrt. Und er auch. Aber warum? Weil 100 Liter für Türken viel Geld ist. Aber wie der geht man dann bei 400, 1000 oder 3000 Liter? Erstmal weiter mit 150. Nachdem ich mich dann ein bisschen verarschen lassen habe und er seinen Finger in Deniz Mund gesteckt hat, habe ich ihm das Geld gegeben. Schaut mal, wie glücklich er ist. Also jetzt haben wir hier das Wasser. Es wird Zeit, sich zu steigern. Der Nächste bekommt 200 Liter. Hier haben wir 200 Liter für das Wasser. Ich lege es einfach hier hin, drüber das Wasser. Und ich gehe jetzt einfach. Dieser W***er steckt es einfach ein, um nicht teilen zu müssen. Wir versuchen es nochmal mit 200. Genau so will ich das sehen, Junge. Von dir erwarte ich das Gleiche. Wir essen heute schon den ganzen Tag so viel. Ich habe schon so viel gegessen. Ich habe schon so viel getrunken. Ich kann nicht mehr, Digga. Aber wir wollten nicht nur Menschen helfen. Deswegen sind wir zu einem Laden gegangen und haben Hundefutter und Katzenfutter gekauft. Also das holen wir alles nur für Katzen und Hunde. Wir schauen jetzt mal, wie viel das kostet. Später am Abend haben wir alles verteilt. Und ich muss echt zugeben, es hat einen viel glücklicher gemacht, Katzen und Hunden zu helfen als Menschen. Guck die Tomate. Du bist so ein kleiner Pein hier. Du bist so... Wir machen weiter mit 400 Liter. Ich werde schon wieder verarscht von diesem Eismar. Also wir sind jetzt beim nächsten. Der bekommt einfach 500 Bauch. 500 Liter. Schritt 1. Bestelle ein Wasser. Für dieses Wasser. Schritt 2. Probier das Wasser. Ich werde schon mal krass. Schritt 3. Sag, was du die Rechnung willst. Schritt 4. Nee, das ist zu lang. Das lese ich nicht. Ich zeige euch jetzt, wie man in der Türkei verhandelt. Falls ihr mal jemals hierher kommt und eine Fake-Tasche haben wollt, ich zeige euch, wie man die kauft. Diese Louis Vuitton-Tasche ist schon fresh. Die sieht auch echt gut original aus, Digga. Weiche. Tausender wert, gell. Äh, ne kadar? 6 Semper. Bin, 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 bin. 6 Semper, 6 Semper. Bin, bin, bin. Ich will ihm das Geld geben. Er nimmt es einfach nicht an. Unsere ersten Bauer-Zuschauer sind auch da. Danach versucht dieser Bauer, das Geld mir einfach aus der Hand zu nehmen. Ich habe sogar versucht, in seine Jacke zu stecken. Aber am Ende habe ich es einfach ihm gegeben. Für 1000 Liter habe ich diese Tasche gekauft. Und wallabila, das war's wert. Diese Tasche ist ein Bindra. Als letztes habe ich dann diesem Mann auch 1000 Liter gegeben. Es kam zwar keine große Reaktion, aber mir war es egal, weil er tat mir einfach leid. Ich will euch aber auch Fälle zeigen, wo ich wirklich enttäuscht war. Ich bestelle zwei Chai, okay? Das kostet 6 Liter oder 50 Cent. Ich gebe ihm 200 Liter. Seine Reaktion? Aber jetzt kommen wir zu dem Highlight. Dieser Pizzelieferant bekommt 2000 Liter und dieser Pizzelieferant bekommt 3000 Liter. Wenn er da nicht wirklich in die Luft springt, wallabila, ich glaube, dann rast ich echt aus. Merhaba. Merhaba. Ne kadar? 27. 27. 28. 28. 30. 30. 30. 50. 50. 50. 50. 80. 50. 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000... Üstü kalsın, 3.000 lira kalsın, senin için. Kalsın, bir şey yaparsın, lazım olur. Bence bunu kabul edemem. Doh, doh, doh. O senin, senin o paran. Aynen, sağ ol kardeşim. Altyazı M.K. Altyazı M.K.